Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Empyreion hier. Ich muss mich hier auch entschuldigen, ich konnte letzten Sonntag leider keine Folge rausbringen, weil ich einfach im Real Life zu sehr beschäftigt war, um irgendwelche Aufnahmen zu machen. Jetzt sind wir hier aber wieder im All unterwegs und ich werde das auch hier irgendwann gut machen. Dann nehme ich mal wieder ein paar mehr Folgen auf und dann bringe ich euch einfach mal so mitten in der Woche noch eine Folge raus und schon sind wir dann wieder in der Reihe. So, wie waren wir auf dem Weg, den nächsten roten Punkt zu erkunden und hoffen mal, dass es irgendwas von den Seericks ist und nichts Großes. Wir müssen ja immer noch... Alter, das war ein bisschen schnell. Alter, das taucht auf einmal auf. Und von wem ist das? Damit wir zumindest da, ne, the meeting mal weg, äh, machen können. Ja, das ist leider ein Zerstörer. Äh, ne, mit dem kann ich mich natürlich nicht anlegen. Schade, schade. Ja, dann mal ab weg hier. Dann suchen wir mal weiter hier Neodymium. Äh, das war auch schon wieder krass. Das ist so lange dieser rote Punkt. Man sieht es nicht, man sieht es nicht, man sieht es nicht. Und Puff, auf einmal ist er da. So, wie war das in dem einen Asteroidenfeld, ne? Da haben wir Asteroiden entdeckt, die Erz hatten. Die waren aber so ein bisschen weg vom Rest der Felsen. Also, wie gesagt, da habe ich natürlich ein, äh, in meinen Augen echt Kack-Sonnensystem erwischt. Okay, ich weiß es ja halt nicht, ne? Äh, es kann natürlich sein, dass es jetzt immer so ist. Dass man einfach Schwierigkeiten hat, den heißen Stoff zu finden, um endlich mal, äh, größere Raumschiffe bauen zu können. Naja, so ein bisschen was hatte ich mir ja zusammengesammelt. Das, äh, musste ich dann aber, äh, für gewisse Sachen verschwenden. Also, wir sind immer noch sehr weit weg von unseren 510 Neodymium. Waren das, glaube ich, für mein erstes großes Raumschiff. Ja, weil wir halt mit dem Kleinen hier nicht wegkommen. So, mal gucken, hier ist hier irgendwo einer weiter weg. Ja, sieht nicht so aus. Mit Epirion, ey. Ich brauche die Erze, man. Ja, der, ähm, naja, würde wahrscheinlich schon längst angezeigt werden, wenn es einer mit Erz wäre. Hier hängen so ein paar in der Luft. Vielleicht haben wir da Glück. Ja, vor allem in der Luft, ne, im All. Das ist da, was ganz klein ist, oder ist es nur noch weiter weg? Nee, das ist schon ein ganz kleiner Süßer. Dann muss ich mal ganz kurz checken. Wie viel, ähm, Pentax jetzt habe ich denn noch mit? Also, hier haben wir noch was drin. Äh, wie viel ist noch im Raumschiff? Ui, 63 astronomische Einheiten haben wir auch noch im Raumschiff drin. Also, wir sind gut. Voll mit Pentaxid. Können wir also mal einen längeren Trip durchs All machen. Äh, ach so, der ist 15 Kilometer weg. Ja, wirklich zu dumm, wie das jetzt hier alles zusammenhängt, dass ich da, ne, mich einfach mal an diesem Asteroiden der Polaris versucht habe und die machen sofort Stress. Die hätten natürlich auch sagen können, ey, Mensch, der Bomix, ne, das ist ja ein super Handelspartner für uns. Hat auch schon Aufträge für uns erledigt, aber, äh, nö. Die sind ja gleich total aggressiv. Ja, mal oben unten gucken, ob irgendwo einer noch weiter draußen hängt. Nee, leider nicht. Ja, und dann ist das jetzt hier, ähm, kam die Woche raus. Ist ja jetzt auch, äh, Version 1.4. Da soll jetzt ganz viel geändert sein an dem Explosionsverhalten. Der da ist so einzeln alleine. Geht mir Deodibium. Mh, so, da der mir angezeigt wird, der ist natürlich auch geflogen, aber da sind wir hier fast einmal rum. Der ist super duper Frachter. So, und hier vor uns ist dann wahrscheinlich auch irgendwo wieder der Zirik-Zerstörer. Na ja, komm, ey, dann, äh, äh, naja, wir jetzt hier gleich nochmal durch den Asteroiden, äh, durch das Asteroidenfeld durch. Hast du irgendwas? Und natürlich aufpassen. Nicht, dass hier irgendwo wieder so ein Zirik-Dreadnought rumfliegt. Ne, du bist ja hier auch das fetteste Teil überhaupt, oder? Und obwohl, da vorne kommt, wir haben ja nochmal so ein richtig dicker. Ey, dass du nichts hast, ey, das ist doch scheiße. Ich wüsste halt auch zu gern, ob hier so mitten in diesem Feld überhaupt irgendwas ist. Oder ob das einfach nur so da ist und eben halt die Asteroiden mit den Ärzen immer nur so außerhalb hängen. Weil wir haben noch keinen innen drin gefunden, aber wir haben schon so ein paar gefunden, die außerhalb von so einem Asteroidenfeld waren. Allerdings leider alles die Falschen. So, auch wenn ich hier vielleicht schon war, diese einzelnen hier, die fliegen wir nochmal ab. Ja, das war hier halt schon mal wieder ein Satz mit X, nämlich nix. Tja, äh, würde ich sagen, äh, suchen wir uns mal das nächste Ziel raus. Vielleicht auch noch mal bei Kai wieder vorbeischauen. Können wir zumindest noch mal ein paar andere Ärzte wieder mitnehmen. Komm, dann einigen wir erstmal hier rüber. Da unten ist mein Ziel. Scotty, eine volle Energie. Irgendwas ist hier schon wieder direkt vor mir? Und von da kommt irgendwas? Was? Ist aber anscheinend noch nicht in Reichweite. Das ist doch jetzt was vor uns ist, auch von den Polaris, ne? Sieht aber wie eine Station aus. Ist das hier vielleicht diese eine Asteroid? Ich meine, ne, wir haben glaube ich schon zwei Asteroiden entdeckt von den Polaris, an denen sie am Abbauen sind. Aha, was haben wir denn da? Der ist ja mal nun wirklich richtig weit weg vom Schuss. Ach, das ist aber der, wo wir glaube ich schon waren, ne? Ne, da waren wir noch nicht, aber so ein Pentaxid-Asteroiden hatten wir schon mal entdeckt. So, der ist auf jeden Fall schon mal auf dem Radar. Ähm, ich müsste ja eigentlich mal hier das eine Feld mal wenigstens abbauen, ne? Ups. Äh, warte mal. Aha. Na ja, da ist noch was. Ist das auch ein Asteroid? Das ist zumindest ne Weltraumdrohne. Äh, die sollten wir uns auf jeden Fall immer gönnen. Schießt schon. Äh, ne, die schießt immer noch. Die etwa. Irgendwie... Das ist ja fünf Kilometer weg. Hinter mir wird aber auch noch was angezeigt, was rot ist. Er ist wieder ein Zerstörer von den Sea Rags. Kommt der irgendwie schnell näher? Er kommt auf jeden Fall näher. Äh, los, ich, äh, ganz schön raus, looten und weg. Äh, lelele. Äh, wo ist das Baumschiff? so, naja. Bloß wieder weg hier. So, wir hatten ja doch eben noch irgendwo ein Asteroiden gesehen, oder? Das war da in der Nähe des nächsten Sirics Dings. So schnell, das müsste eigentlich auch wieder eine Drohne sein. Ist es auch. Kann auch schon schießen. Fangen wir auch. Ein immer wieder dieser Scheiß-Zerstörer. Oh, die ist schon ziemlich nah. So schnell. Eeeh. Schnell wieder weg. So, da ist unser Pentax-Zier. Hier war auch noch einer. Oh, Alter! Das ist die Polaris. Aber noch nicht entdeckt. Wieder ein Superfighter. Du hast eine Fraktion entdeckt. Polaris, ähm. Die hatten wir doch schon. Also, es ist hier ein heißes Asteroiden-Feld. Ob die beiden es sich da gleich geben? Weil die können sich ja auch nicht riechen. Sorry. Schade. Diesen einen Asteroiden, der auch noch so weit weg war. Den hätt ich ja gerne noch mal gesehen. Aber ich find den jetzt nicht mehr. Hm. Man kann jetzt auch irgendwie... Den mit Pentax-Zier nicht mehr richtig sehen. Entweder ist aber komisch. Weil ich kann doch da hinten die Asteroiden auch sehen. Und der mit Pentax-Zier müsste eigentlich hier vorne sein. Ich hab schon wieder zwei rote Punkte. Ich muss hier mal hinweg. Der Ende hier müssen wir dran denken. Im All hört dich niemand schreien. Ich muss hier spür성ken. Well done, man kann jetzt nicht mehr Gedanken, denn da nicht mehr. Und er hat sich just dringende Posstur одним. Und dass der eine 싶은ste Atem ist ja noch. Also, das tut das kommt, dann besser und dannutiig. Dann lassen sich doch 그냥дleig. Und jetzt dauern und zwei mal. Das ist so etwas. Wie wird es Segment- nearly so großartig. geht wo wat zu sehen.. dõ stimulate Chain ey flieg einfach mal so ein bisschen in den Raum rein und ziehe dann mal so einen etwas größeren kreis oben das feld rum bewegen die sich eher weg oder auf mich zu oder bewegen die sich gar nicht da kann ich ja kurz mal was checken das ist echt scheiße zwei drohnen schon wieder abgeschossen und es tut sich hier gar nichts man muss unbedingt die zierichs richtig umlegen also ne so leute die irgendwo lang laufen anscheinend war mein gott jetzt kriegen wir doch nie wieder hin da habe ich im community habe auf sie noch mal was lustiges drüber gelesen hat irgendwer so text verfasst hey komm ich kriegs wahrscheinlich nicht genauso hin wie der text da ist aber hey komm hier wir looten mal das polaris gebäude da gibt es bestimmt richtig geilen stuff das wird schon nicht so schlimm sein oder irgendwie glaube ich irgendwie puck 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 weil dann hat er stress mit den polaris bekommen und fragt nach hilfe wie kann man sich mit den polaris wieder versöhnen und genau so geht es mir im moment das ich im moment so ein bisschen ätzend finde eben gerade egal in welche richtung ich geflogen bin da waren immer gleich sofort wieder die raumschiffe von denen nicht nur auf die andere seite fliegen ich schon wieder es ist scheiß man ich kann doch nicht immer da sein wo ich bin ich kann doch nicht mehr da sein wo ich bin Ich bin schon fast sicher, dass er mich verfolgt Dieses Asteroidenfeld gefällt mir gar nicht Ich hab ja schließlich kein Kampfraumschiff Schön wär's Das mag da ein Zerstörer sein, aber wenn ich eins von meinen richtigen Kampfraumschiffen hätte, würde ich die trotzdem angreifen Und, vor allem? Das da auf dem Radar müsste jetzt er hier sein Der rote Punkt müsste er sein? Und was ist das? Das wird mir irgendwie ein bisschen zu heiß hier Vor allem so hier, wenn man hier so guckt Auf dem Radar Der Punkt, das müsste eigentlich das nächste Ding überhaupt sein Und von der Farbe her, Polaris oder nicht? Ich bin halt auch von dem Radar, der sich so begeistert Also wenn ich schon... Aha Achso, das war wieder dieses, wenn man sich lange nicht in deren Gebiet aufhält Dann kriegt man bei allen, die einem feindlich, also feindlich gegenüber sind, äh, Bonuspunkte Nur bei dem Polaris nicht Er hat immer dieser scheiß Zerstörer ein bisschen Angst Der mag vielleicht nicht so schlimm sein, wie so ein Dreadnought Aber schien ist der auch nicht Wann wird mir denn mal angezeigt, was das hier ist vor mir? Ach, das ist dieser Asteroid Ja, das ist der, den wir mal besucht haben, glaube ich Aber hier sieht man es ja, ne? Der hat halt Erz Und liegt ziemlich weit weg vom Feld Aber ganz ehrlich, äh, wir verdünnisieren uns jetzt hier mal Zack, ab zum nächsten Hm Dann fliegen wir mal zu Kai Checken da nochmal die Monde aus, ob wir doch nicht irgendwas finden Muss mal ziehen, da Und tschu Tja, man war das früher einfach Neodymium und Satium war es, glaube ich, auch Vom Planeten ab zum Mond und schon hatte man es Das war schon in der, äh, äh, letzten Eifer dann aber auch nicht mehr so Da war das auch schon nicht mehr auf dem Mond zu finden, aber zumindest im eigenen Sonnensystem So, jetzt sind wir bei dem Mond, der hat hier so einen Asteroidenring um sich rum Dann checken wir die nochmal aus Achso, äh, hier ist im Moment recht sicher Da müssen wir eigentlich mal was futtern Äh, hab ich das im Kühlschrank, ne? Ja, dann können wir ruhig mal einen Fleischberger uns reinhauen Was macht ein Veggie? 143 Ne, da würde ich ein paar verschwenden, den holen wir uns erst später rein Und dann kommt es halt hin Und dann kommt es halt hin Und dann kommt es dann sozusagen Oh, ich sag mir gleich mal ein Gefühl und dann kommt es erstmal hin Sånt es dann kann man sich mal einfach mal ein bisschen Ja, dann kommt es dann Und dann kommt es dann Decke mal ein bisschen Schrauben Ich meine, bin dann Ich werde jetzt mal versuchen, so in der Ebene dieses Rings zu fliegen. So verhält das sich ja immer mit kleineren Objekten, die um größere sich drehen. Sie bilden dann einen Ring im All. Achso, äh, wir werden mal gucken. Ja, Neodymium soll es hier geben, als Asteroiden. Ich glaube, das wird einem bei jedem Asteroidenfeld und bei jedem Mond hier angezeigt. Sie scheinen so versteckt zu sein, dass ich sie nicht finde. So, gleich mal gucken, dass wir dann so richtig schön in der Ebene sind. So, noch ein bisschen rune. Natürlich ist es runter im All relativ. Ja, da wieder die nächsten positiven Entwicklungen gegenüber meinen Feinden. Ich glaube, also wenn ich diesen Neodymium Asteroiden irgendwann mal finden sollte, dann stehe ich erst mal auf und springe im Dreieck. Ja, ich werde das jetzt erst mal hier außen abchecken. Ja. Ich werde das jetzt nichtrymium. Ja. Ja. um der früher war der heißeste Stoff also über die beiden heißesten Stoffe die man sich besorgen musste zaskosium und erestrum jetzt hat man hier schon Probleme mit Neodimium und Satium zu bekommen und naja es fängt ja am Anfang des Games auch schon an wenn man startet ist ja auch Prometium recht wichtig und das muss man auf dem Planeten also musste ich bei den letzten beiden GameStarts jedes Mal suchen in der letzten Alpha war ich ja ich glaube vier Folgen unterwegs bis ich endlich Prometium gefunden hatte in so einem richtig schönen tiefen Wald wo ganz viele Spinnen waren so weiß irgendjemand ob ich schon drumrum bin auf jeden Fall scheinen hier bei dem Mond nicht so viele Gegner bis jetzt zu sein ja würde ich ja mal sagen mal rein ins Vergnügen oder hängt hier irgendwo was Einzelnes irgendwie über diesem Ring drüber sieht jetzt mal auf den ersten Blick nicht so aus da müssten wir jetzt rein theoretisch hier ist mal einmal nochmal in der Mitte des Regens drumrum fliegen die sind hier ganz schön geizig was Asteroiden mit Erz betrifft zu sehen Aber naja, wenigstens kann ich hier mal in Ruhe forschen, wenn ich die ganze Zeit von irgendwelchen Zerstörern belagert. Hier ist ein einzelner, komm, erz! Nein! Ja, das haben sie mittlerweile echt schön gemacht. Also ich bin mit den ganzen letzten Updates von den Leon Game Studios wieder total zufrieden. Ja, okay. Außer, dass es natürlich nervig ist, hier Neodymium zu suchen, aber naja. Dafür hat man ein bisschen länger was von dem Spiel. Wenn man nicht immer gleich alles sofort hat. Oh, was haben wir da? What is this? Ich mein, das müssten wir eigentlich auf jeden Fall mal kurz zu uns angucken. Ah. Heavy Lifter. Eine neue Fraktion entdeckt Vorgänger. Ähm. Sind das Feinde? Hier vor allem entdeckt. Äh, irgendwie nicht. Äh, ich kann hier keine neue Fraktion sehen. Das ist für ein Blödsinn. Das ist für ein Blödsinn. Naja, ähm, das wird auf jeden Fall irgendwie rot angezeigt. Ich bin jetzt schon fast... Sag mal. Ist das vielleicht verlassen? Ich bin schon ganz schön da dran. Ich bin schon ganz schön da dran. Heavy Lifter. Ja. Aber, ey. Weil es so weiß ist, sieht so verlassen aus. Es scheint auf jeden Fall zumindest im Moment nicht zu schießen. Wie, du fängst gleich an zu schießen. Wie, du fängst gleich an zu schießen. Wie, du fängst gleich an zu schießen. Bist du die Kanone? Jo. Definitiv. Schießt aber nicht. Das ist ja mal interessant. Durchs Fetzer glotzen. Da ist ja irgendwer drin. Ich kann ja erstmal so nix sehen. Das scheint auf jeden Fall verlassen zu sein. Na, wenn das so ist, ähm... Wir suchen jetzt mal Asteroiden. Aber dann... Ich würde dich mitnehmen hier, ne? Dann müssen wir mal rein. Aber wie ist dieses Gerät? Es sieht so aus, als wäre das irgendwie... ...so Asteroiden einsammeln könnte. Ich würde mich mal sagen, ne? Da landen wir doch mal. Da war doch hier irgendwo ne Landeplattform, ne? Da ist auch gleich ne Tür. Wunderbar. So, so richtig, äh, landen kann er da wohl nicht. Ähm, so. Dann können wir uns noch nen Burger reinhauen. Ey, lass mich mal hier in den Kühlschrank. Ja, ähm, komm mal. Wer weiß wie lang das dauert. Ey, ich nehme mal ein Fleischburger mit. Ich nehme mal ein bisschen Notzauerstoff reinballern. Dann kicken wir doch mal. Oh, das ist verstrahlt. Äh... Das sieht ja pauschal erstmal wie ein Geschützturm aus, ne? Bist du noch aktiv? Äh, was war dat? Ähm, ich geh doch auf jeden Fall nicht runter ohne den Kapuze schießen. Hm, ich habe irgendwie ein bisschen Panik. Mein Raumschiff da alleine zu lassen. Äh, wenn das kaputt geschossen wird, dann, ähm, ja. Dann komm ich hier nicht mehr weg. Ey, ist schon interessant hier, ne? So, äh, direkt beim Eingang. Fahrstuhl nach unten. Und dann ist ja gleich ein Turm. Oh, oh. Seht ihr gleich alle Türen aufgegangen? Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass das irgendwie, äh, ein Auftrag ist. Kann ich nicht darauf zugreifen. Das scheint hier erstmal keinen zu stören. Da ist der Schwerkraftgenerator. Hier geht's noch rum. Völlig verwinkelt hier. Aber ich glaube, ich geh dann erstmal nach da. Dat ist wieder auf jeden Fall ein Geschützturm. Da ist wieder. Da ist mir zu heiß. Hoffentlich haben die auch so einen richtigen Frachtraum mit Kisten im Kühlschrank. Alter. Pfude. Oh, ich's meins. Ein paar Bandagen noch extra. Achso, das ist ja stimmt. Das ist ja ein so ein Ding, dieses Riesenteil. Und da ist wieder ein Turm. Also, die, äh, ja. Die sind hier schon schwer bewacht. Würde ich trotzdem wegmachen. Äh, da war auch einer. Und da ist auch einer. Und das ist der Frachtraum, den ich gesucht hab. Äh, hier geht's wieder raus. Na gut, dann machen wir erstmal den Frachtraum hier. Kein Neodymium. Das ist eigentlich das einzige, was ich haben möchte. Natürlich nehmen wir den anderen Scheiß auch mit. Ist ja logisch. Ey, dann müssen wir gleich schon wieder zum Raumschiff zurück. Was haben wir denn hier? Ein Bergbaugerätekern. Wie geil ist denn sowas? Guck mal, da war die Schuhe. Guck mal, da war die Schuhe. Oh, eine optronische Matrix. Okay, das war's schon. Da müssen wir erstmal zurück. Äh, war es hier lang? Ja. Den Fahrschuh hoch, ne? Ey, gibt's auch noch, äh... Jede Menge? So, dann legen wir mal ab. Ey, vor allem gerade schon viel Essen geholt. Äh, täh, 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 täh. Hier so Werkzeuge. Boah, ne. Die besten Sachen nochmal extra packen. Und der Gerätekerl gehört selbstverständlich dazu. Sag mal, die Bandagen? Passen die hier noch drauf? Ja. Öh, Scheiße. Kühlschrank. So, warte mal. Nahrungswert 35. Weg. Pizza. Nahrungswert 243. Das ist natürlich heftig. Das ist noch mehr wie der Burger, ne? Die hat nur 47. Passt genau. Komm, die beiden Sachen behalten wir. Und dann wieder Rennens Vergnügen. Ich bin wohl hier gekommen, ne? Es war irgendwie kürzer wie da lang, ne? Zum Frachtraum. Interstellar News Broadcast. So, bei welcher Kiste war man stehen geblieben? Ich glaub die hier ganz oben. Hinten, ne? Ja. Hatten wir schon? Eiii, schweres Scharfschützengewehr, episch! Äh, warte mal, äh, mit dem. Das ist ja mega! Epische Pistole! What the fuck, wie geil! Äh, würd ich gleich jetzt mal austauschen hier, ne? Achso. Äh? Ging doch. Ich wollt grad sagen, geh. Vor allem, ich hatte immer noch die Pistole. War wohl die Pistole T2 gehabt. Aber hier, ne? Diese Waffe kann nicht repariert werden. Das ist natürlich immer schade bei diesen epischen Sachen. Aber mega! Hier ist der Constructor. Öh, das ist dieselbe Reihe. Achso, komm ich nicht durch. Oh, das hier, die Brücke? Klonen kann man? Ah, Munitionsküste. Ja, ja, das ist die Brücke. Okay. Na? Gibt's aber nix. So, dann wären wir hier durch. Ja, da geht's nur raus. Der war'n war'n. Der... Da das hier in der Nähe von der Brücke ist, hätt' ich auch hier lang gehen können. Ähm. Der ist bestimmt des Captains Quartier. Das hätten wir hier alles. So, wo ging das denn hier noch weiter? Hier war' ich schon. Oh, da haben wir hier alles. So, gerade mal. Wir sind hier runter und sind dann erstmal hier lang gegangen. Also haben wir die beiden Seiten fertig? Also nach? Hier noch. Aha. Ah, Crew Quarters. Äh. Achso, kann ich zugreifen? Ich wollt grad sagen, was ist das? Ist doch der Kern? Zum Mitnehmen gibt's hier nix. Ja, ja. Das andere war das Quartier vom Captain. Frachtbox. Eine große optronische Brücke. Immerhin nochmal eingesackt. Ja, also, ähm. Ich glaub' das war's. Nur mal glopfen, ob ich irgendwo nen Weg vergessen habe? Aber ich glaub' das war's. Ja, das hatte ich auch alles schon. Kann man vielleicht auch irgendwie raus und wieder rein? Ja, die auf jeden Fall nicht. Ja, ich geh' mal davon aus, dass das hier war. Oh, und werd' mich jetzt hier wieder verpieseln. Aha. Ich hab' vorhin wohl doch ein paar, äh, bist... Paar Hits abbekommen. Mal schnell alles reparieren hier. Wie sieht's mit den Geräten aus? Da ist alles Tudi. Artillerie... Ist auch Tudi. Antrieb... Auch alles Tudi. Also wenn, sind nur noch Blöcke kaputt. Ah, das fand ich jetzt ja auch mal schön, mal wieder hier so, ne? Verlassenes Raumschiff zu entdecken. Oder, ne? Also, zwei epische Waffen, ne? Ich mein' das ist supergeil. So, kann nix kaputtes mehr entdecken. Schön, schön, schön. Dann fliegen wir mal wieder in die Felsbrocken rein. Tja, bevor wir hier in irgendeine... Kampfsituation kommen und dann nicht mehr dran denken... Sauerstoff mal aufhören. Äh... Äh... Ja... Das pack ich erstmal das weg. Außer das epische Scharfschützengewehr. Ja... So... Das ist krass. Hab ich gar nicht drauf geachtet, dass ich die ganze Zeit noch mit der normalen Pistole rumlaufe. Also, das war schon mal schön. Ne Trip halt nicht, ganz umsonst. Weil, jedesmal natürlich, wenn ich hier die Asteroinenfelder abgrase und nix finde, hab ich, äh, Pentaxid verschwendet. Oh, 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 warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, da ist irgendwo was. Äh... Wolltatt. Ach ne, das... das wird wahrscheinlich die Station sein, ne? Naja, so ein roter Punkt macht einen halt wuschig. Ihr habt auch noch keinen Asteroiden entdeckt, der immer irgendwie so ein bisschen weg von diesem Ring ist, ne? Ja, da muss ich ja sagen, wenn die das nächste Mal meine Base angreifen, die C-Rex, und das ein Truppentransporter ist, dann lass ich den landen. Alter, dann springen die da raus, und dann kann ich C-Rex so umlegen, und dann, naja, äh, leider pro C-Rex geht bei den Polaris das nur um 5 nach oben. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob mittlerweile das Raumschiff kaputt geht, wenn man gegen einen gegenfliegt. Früher war das auf jeden Fall nicht so. Leute, ihr sollt's von einigen Ärzten Asteroiden geben, und ihr wollt mir erzählen, dass ich hier nicht einen einzigen finde, oder wat? Ich bin hoch gerade, ich frustriere, ich komme hier einfach nicht weiter. Hm, lass uns mal gucken, warte mal. Äh, äh, wo ist Kai? Da. Dann haben wir mit unserer Runde hier irgendwo angefangen. Und, äh, ich würd' mal sagen, Wir fliege jetzt hier nochmal einmal so durch. Dann nochmal Runde auf den Mond. Gucken wir mal, ob wir noch was mitnehmen können. Alle, warte mal. Vielleicht nochmal im inneren Bereich auch nochmal eine Runde drehen. All diese Asteroiden haben sie versteckt, das ist echt krass. Ich mein, ist immer nicht auszuschließen, dass ich einfach nur zu blöd bin, ne? Gibt's halt auch. Ähm. Ja. 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 Ich, äh, muss ehrlich zugeben, ich hab hier gleich keine Lust mehr. Ich flieg gleich einfach auf den Mond runter. Einfach nur, um mal was anderes zu machen. Sooo viele Asteroiden. Die sind einfach alles nur Steine. Okay. Ich weiß, dass ich meine innere Runde da drüben zwar gestartet habe, aber ich hab jetzt kein Bock mehr. Jetzt ab auf den Mond hier. Vielleicht können wir da wenigstens irgendwie ein paar C-Rex umlegen. Er muss ja noch... Wie viele waren das? 25 C-Rex, glaube ich, umlegen, um bei den Polaris wieder auf neutral zu sein. Im C-Rex-Gebiet scheine ich nicht zu sein. Gibt's hier viel Pentaxid? Das scheint nicht so viel. Aber egal, wenn wir es schon mal haben, nehmen wir es natürlich mit. Äh, warte. Äh, da. Ähm. Ach, da hängt's. Ich wollt grad sagen, wer ist das? Ein Fahrwerkweg oder wett? So, was gab's hier nochmal für Ärzte? Titan, Magnesium... Und dann kommen die Normalen, wa? Kobalt, Kupfer und so. Ja, ich hab die auch schon gut geplündert. Au, da wäre noch ein großes Eisenerzlager. Und auf der anderen Seite ist ein C-Rex-Gebiet. Ohlalala, ne Drohne. Leider immer Drohnen. Da sitzt ja keiner drin. Aber die haben hier Ressourcen. Welch sei ja Magnesium bei? Wie gesagt, es ist zu schade, dass dieses Drohnen-Abschießen, äh, nichts bringt. Das sind immerhin auch C-Rex. Da vorne ist eine Station, da links, ne? Wir wollen auf jeden Fall hier die Ressourcen aufklären. Das wäre nochmal ein Kobalt-Lager. Ich bin in eurem Gebiet. Schickt doch mal Truppentransporter vorbei. So, es ist Folgenende. Aber ich wollte hier die andere Ressource auch noch aufdecken. Wo wacht die denn? Da. Na, haben wir hier nochmal Titan gefunden. So, jetzt eiern wir hier so ein bisschen aus dem C-Rex-Gebiet wieder raus. Ich will einigermaßen sicher stehen. Äh. Ach so, jetzt bin ich endlich draußen. So, hier haben wir einen lauschigen Parkplatz. So, zack. So, Leute, wir waren wieder nicht erfolgreich. Das mit dem Neotimium klappt irgendwie nicht so richtig. Wir haben zumindest ein verlassenes Raumschiff gefunden und zwei epische Waffen eingesackt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschaui.